... bis dicke Scheiben, aber auch Stifte. Wunderbar zum Garnieren, zum Salat. Also es macht richtig Freude. Und wir haben ein riesengroßes Set, liebe Zuschauer. Vier auswechselbare Scheiben haben wir mit dabei. Das ist super. Das ist die geniale Sache. Schneid etwas für uns dann, Michael. Jetzt gehe ich hier speziell, wie gesagt, einfach mal dran, damit Sie mal sehen, das sind rasiermesserscharfe Edelstahlklingen. Ich will sehen, wie es funktioniert. Und das geht richtig leicht. Es macht richtig Freude. Hier schauen Sie sich das an. Einfach. Und das ist ja nicht nur ein normaler Hobel, ein TV-Hobel. Nein, das ist der Keramik-Hobel. Ja, Ricky, ist das denn genial? Da kann man durchsehen. Schau mal. Und das ist ja das. Schauen Sie sich das mal an, liebe Zuschauer. Was ich hier, und das ist ja noch nicht mal ein Viertel, ein Viertel der Gurke geschnitten haben. Hier kriegen Sie aus einer Gurke eine riesengroße Fläche, eine riesengroße Masse. Und so macht doch Snacken Spaß, ja? Nicht nur für alt, für jung. So können Sie nämlich Ihren Kindern, Ihren Liebsten auch mal die gesunde Ernährung beibringen, auch spielerisch. Und so essen Sie nämlich alles. Das macht doch richtig Freude. Was ist das Geheimnis? Das ist hier diese Keramik-Beschichtung, ja? Auf letzten Endes der rasiermesserscharfen Edelstahlklinge. So bleibt nichts kleben, so bleibt nichts hängen. Das ist unglaublich wahnsinnig. Und vor allem permanent scharf. Einfach hier leicht locker. Da benutzt du überhaupt keinen Kaff dafür. Überhaupt nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Einfach nur drüber gleiten. Das ist ein Streichen. Das ist ein Gleiten. 19 Euro, meine Damen und Herren, ist Ihr Preis, Ihr Preis jetzt. Wir haben sexy Stoff. Wenn Sie eins haben wollen, dann gleich in die Leitung gehen. Das macht so Freude. Und vor allem letzten Endes, ja, ich brauche kein Schneidebrett, ich brauche kein Messer. Wir zeigen es jetzt hier einfach mal auf der Arbeitsfläche. Hier, schauen Sie sich das an. Der Rettich, das sind doch wirklich vor allem eine Scheibe gleich der anderen. Das ist Profi-Qualität. Das macht richtig Freude. Das kann ich natürlich auch mit dem Apfel machen. Gerade jetzt natürlich wunderbar dekorieren. Schauen Sie sich das an. Wir schneiden noch mal ein bisschen weiter. Es geht so leicht. Ich kann alles damit machen. Schauen Sie sich das an. Wenn Sie backen für Desserts zum Ausgarnieren, das müssen Sie mit dem Messer hinkriegen. Das kriegen Sie nicht hin. Ich sage selber, ich bin Profi, ich kann mit dem Messer umgehen. Aber ich vertraue auf diese Küchenwerkzeuge. Ja, das Ergebnis, das zählt. Es ist nicht nur, dass man das nicht hinkriegt, man kriegt das auch nicht in dieser Zeit. Man kriegt das nicht in der Zeit. Und vor allem Sicherheit. Richtig, Sicherheit ist das A und O. Was haben wir hier? Hier haben wir natürlich noch den Fingerschutz. Ganz, ganz einfach. Hier draufsetzen. Und schon können Sie loslegen. Loslegen, hobeln, raspeln, schneiden. Ob dicke Stifte, dünne Stifte, das macht Spaß. Ob Knoblauch oder Zwiebeln, dann kommen Sie hier überhaupt nicht mit dem Schneidgut in Verbindung. Und natürlich hier, schauen Sie sich das an. Alles restlos weggehobelt. Und hier, das macht noch Freude. Hier, eine Scheibe gleich der anderen für einen Kuchen zum Backen, zum Garnieren. Das macht richtig Freude. Das macht so Freude. Jetzt, meine Damen und Herren, ich weiß, Sie haben bestimmt ein Messer zu Hause. Sie haben dann auch die Möglichkeit, Sachen zu schneiden. Vielleicht haben Sie auch ein Schneidegerät zu Hause. Ja, natürlich. Aber es macht ein idealer Geschenkartikel für nur 17 Euro. Normalerweise kostet sowas in dieser Ausführung über 30 Euro. Richtig, das ist ein Rot-um-Sorgens-Paket. Und wir haben das jetzt für 17 Euro, meine Damen und Herren. 17 Euro. 60 Stück haben wir. Die erste ist noch nicht weg, aber es wird jetzt gleich weg sein. Ganz leicht auszuwechseln. Hier, schauen Sie sich das an. Hier, wieder Rasiermesser, scharfe Edelstahlklingen. Erlegen hier die Arbeit im Handumdrehen. Sichere Halt. Hier oben, Soft-Touch-Griff. Auch hier unten natürlich, Gummierung. Und schauen Sie hier mal diese Rillen an. Hier können Sie nämlich auf Töpfe, auf Schüsseln, auch einarbeiten. Das ist Rutschwessel, dann bleibt es einfach stehen. Normalerweise arbeiten Sie ja nicht auf die Fläche, aber so sehen Sie es natürlich hier besser. Und jetzt schauen Sie mal an, was wir hier alles Pommes, liebe Zuschauer. Hier, richtige schöne, große Gemüsestifte. Ja, Rikki, schau dir doch das mal an. Das ist einfach. Wahnsinn, meine Damen und Herren. Die ersten zwei sind jetzt weg. Sie können, meine Damen und Herren, alles hier schneiden. Belgische Pommes. Das ist wunderbar. Belgische Pommes. Also das macht auch richtig Freude. Vor allem hier kann ich richtig hobeln. Hier kann ich raspeln. Das macht Freude. Hier, schauen Sie sich das mal an. Das ist sowas von... Jedes Stück genauso groß wie die andere. Das ist es. Das ist einfach hier alles perfekt zu sehen. Wahnsinn. Richtig toll. Wie gesagt, eine umfangreiche Set. 15 Euro. Halleluja. Das ist doch der Wahnsinn. Das ist doch der Wahnsinn. Das ist doch der Wahnsinn. Schauen Sie sich das an, was ich jetzt hier zauber. Im Handumdrehen. Und das macht 1, 2, 3 TV aus. Sie sind live dabei. Hier, schau dir das mal an. Die feinsten Streifen für eine Gemüsepfanne, für einen Salat, für ein Nudelgericht. Unglaublich. Das kriegt man mit dem Messer so nicht hin. Nein. Und wenn man das dann versucht, das sitzt man dann auch als Profi. Das schafft man nicht. Liebe Zuschauer, was passiert hier? Hier schneiden wir. Hier quetschen wir nicht, wie Sie es bei anderen Geräten kennen. Hier bleibt wirklich der Saft im Gargut. Schauen Sie sich das an. Hier, was das für feinste Gemüsestreifen sind. Ja, nur so macht Kochen Spaß. Und vor allem aus einer... Das, was habe ich jetzt verarbeitet? Das ist ja gar nichts. Aus einer Zucchini habe ich so eine große Masse gewonnen. Und so macht auch das Snacken, das Kochen, ja. Das ist ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Für Ihre Liebsten macht das wirklich Freude. Und es macht Spaß in der Küche. Und so sollte es dann sein, meine Damen und Herren. Auch die Männer zu Hause. Jetzt können wir die Frauen, wenn die am meisten kochen, einfach unterstützen und helfen. Wir können die ganze Schnipzerei machen. Vor allem, ich schneide mir nicht in die Finger. Wir haben hier einen Fingerschutz, liebe Zuschauer. Hier, ja. Also Sicherheit ist das A und O. Ein Restehalter, ein Fingerschutz. Und vor allem, du sprichst es gerade an. So kann ich auch mal wirklich hier zu Hause helfen. Willkommen auf die letzten 40 Stück, meine Damen und Herren. Langsam mal auf 40 Stück. 13 Euro ist Ihre Preis. Und nicht vergessen. In dieser Sendung habe ich wirklich das clevere Papier. Das Backpapier, die auf beide Seiten zu verwenden ist. Das ist auf Silikon gefertigt. Man kann es immer wieder, immer wieder benutzen. Da braucht man keine Papiere wegschmeißen. Ja, vor allem die Pyramiden, liebe Zuschauer. Hier sind 500 Pyramiden drauf. Was passiert? Aufgrund der Pyramiden liegt das Gargut hier oben auf. Und die Luft zirkuliert unter dem Gargut durch. Ja, das ist... Keine Verbrennung drauf. Keine Verbrennung. Kein Draufkleben. Gar nichts in dieser Richtung. Absolutismus. Und das kommt, meine Damen und Herren, bleiben Sie einfach treu bei uns. Richtig. Und ich zeige das Ihnen und ich freue mich darüber. So, jetzt sind wir bei 40 Stück bei die Ahle-Schneider. Also wahnsinnig für 12 Euro, also hier echt zugreifen. Auch das ideale Geschenk, gerade mal für die Erstausstattung, weil das ist ein Küchengerät, das ja auch ohne Strom arbeitet. Es ist leicht zu reinigen. Das funktioniert hervorragend. Wie gesagt, einfach nur die vier verschiedenen Aufsätze aufsetzen und losschneiden. Meine Damen und Herren, wir kommen langsam auf 10 Euro. Überlegen Sie wirklich, seien Sie ganz ehrlich, was bekommt man heute für 10 Euro? Wir haben ein Alles-Kennner, ein Gerät, das nicht fehlen darf in einer Küche. Das ersetzt ja, das ersetzt ja 5 bis 10 Messer, dieses Gerät, Ricky. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja das Geniale, weil hier kann ich einfach mit einem Gerät alles schneiden. Schauen Sie sich das an. Das ist wunderbar. Das ist ein Keramikkobel, vor allem leicht zu reinigen in der Küche, unerlässlich. Für grobe Scheiben, dicke Scheiben, dünne Scheiben, grobe Stifte, dünne Stifte. So macht wirklich hier das Arbeiten Spaß. Und das ist die Original vom TV, von dieser ganzen Werbung, was wir dann sehen auf andere Kanallen und Sendungen und so weiter und so fort. Und wir sind so froh, meine Damen und Herren, es zu haben. Wenn Sie einfach neue Kunden sind bei uns, dann einfach einwählen. Sie sehen, wie einfach es ist innerhalb von 0, beziehungsweise in ein paar Sekunden sind Sie schon Kunden bei uns. 14 Stück, die letzten 10 Euro. 10 Euro ist Ihre Preis. Oh, nicht zu vergessen. 31 Leute sind schon im Internet. Die wollen es dann auch haben. 7 Stück, jetzt wird es spannend. Die Leitungen sind gekippt. 3 Stück, 2 Stück, 12 in die Leitung. 10 Euro ist Ihr Preis. Drucken, 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 meine Damen und Herren. Und jetzt wird es spannend. Wer bekommt es und wer bekommt es erst? 3 Leute, 2 zu 1 und...